Hallo Borussia Mönchengladbach-Fans, lassen Sie uns über unser Mittelfeld und die Situation von Florian Neuhaus sprechen. Was denkt ihr über diesen Spieler? Zunächst einmal eine großartige Nachricht, Neuhaus hat seinen Vertrag bis 2027 verlängert, und das gibt uns etwas Stabilität im Mittelfeld. Er hat sogar das Trikot mit der Nummer 10 übernommen. Wie fühlt ihr euch darüber? Verdient er dieses Trikot? Aber, wie wir wissen, ist Fußball voller Wendungen. Und die Geschichte mit Neuhaus war in dieser Saison eine Achterbahnfahrt. Es begann etwas schleppend, als er nicht in der Startelf stand, kehrte aber dann zurück und erzielte ein wichtiges Tor bei unserem Sieg gegen Bochum. Was haltet ihr von seiner Wende? Sollte er ein konstanter Starter sein? Nun, unser Gegner Mainz hat einen interessanten Spieler, Tom Kraus. Er wurde in der Vergangenheit mit uns in Verbindung gebracht, landete aber schließlich in Mainz. Wie denkt ihr, wird er sich im Spiel gegen uns schlagen? Und natürlich freuen wir uns darauf zu hören, was ihr über das Mittelfeld-Duell am Freitag denkt. Teilt eure Meinungen in den Kommentaren. Bitte